Sportbiz.ch ist heute beim BEAT Sport in Wittnau. Wir besuchen jetzt Janik Rüdisäuli, der sich für SwissKills in Bern qualifiziert hat. Hallo miteinander, ich bin Janik Rüdisäuli und Eingang auf Bern an SwissKills. Und ich möchte heute abrufen. Janik, hast du qualifiziert für SwissKills Anfang September. Was bedeutet das für dich? Für mich bedeutet das sehr viel. Ich habe mir schon immer mal gewünscht, eine Schweizer Meisterschaft dabei zu sein. Mein Papa hat schon gearbeitet, mein Bruder hat schon gearbeitet. Jetzt bin ich fertig. Bist du dann auch noch die körperliche und geistig spezielle Vorbereitung? Soll ich sagen, ich bin immer ein bisschen trainieren und schaue, dass ich immer körperlich fit bin. Und dass jetzt mal irgendetwas und Tag X passiert. Wie sieht die körperliche Vorbereitung aus? Soll ich es gerade zeigen? Ja, gerne. Gae Pretty Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020